Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zur PS5 Pro und heute werden wir eine Frage beantworten, die viele, viele von euch wirklich beschäftigt, jedenfalls die Leute beschäftigt, die sich die PS5 Pro vorgestellt haben. Und zwar geht es ja immer wieder um das Zubehör, passen die Sideplates? Ich persönlich muss sagen, ich warte einfach bis die Konsole da ist und gucke, ob sie passen. Also so würde ich das machen, aber viele von euch stellen sich einfach vorweg die Frage, ob das Ganze passt oder nicht. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit auf Zubehör geschaut und haben dann hier diese kleine Grafik gesehen gehabt, die war von Amazon, jetzt erschlagt mich nicht, Japan oder China, eins von beiden auf alle Fälle. Und dort steht eindeutig drin, dass die Sideplates auf der PS5 Pro nicht passen, egal welche der Varianten man hat. Wir sehen hier drei unterschiedliche Varianten an Sideplates, die es ja mittlerweile gibt und alle passen sie nicht. Das bedeutet, eine vierte käme dazu, wenn die Aussage hier korrekt ist. Und ich bin sehr froh, dass ich die Aussage getroffen habe, bevor ich euch jetzt acht Minuten und eine Sekunde auf die Folter spanne. Nein, sie passen nicht. Sie passen definitiv nicht. Es gibt jetzt den physischen Beweis. Es sind ja viele, viele Konsolen mittlerweile rausgegangen an Leute zum Testen, zum Reviewen, zum Unboxen, wie auch immer. Und daher stammt wahrscheinlich auch diese kleine Wallet-Quelle, die wir jetzt hier im Hintergrund sehen. Er hat nämlich dann seine persönlichen Sideplates getestet von der PS5 Slim. Die gute Nachricht ist auf alle Fälle, unten passt das. Also die unteren beiden Sideplates passen. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr weiterhin die Möglichkeit habt, wenn ihr denn jemanden habt, der eine PS5 Slim ohne Laufwerk haben möchte, dass ihr euch da zusammen tun könnt. Der eine kauft sich die PS5 Slim mit Laufwerk und dann tauscht ihr einfach mit eurer PS5 Pro. Das bedeutet, die Sideplates von eurer PS5 Pro, da wo das Laufwerk sitzt, geht an seine Slim und ihr bekommt das Laufwerk von ihm für Summe X an Euro. Also das gibt es ja wirklich, dass das Leute machen, die auf der Suche sind nach jemandem, der eine PS5 Slim ohne Laufwerk haben möchte, weil unten passt es. Das bedeutet also wirklich, dass es gar kein Problem ist, das Laufwerk von der Slim zu entfernen und an die Stelle, wo das Laufwerk war, dann die Sideplate von der Pro dran zu machen. Was ich jetzt wirklich extrem überraschend finde, ich bin davon ausgegangen, dass ja auf alle Fälle das Ganze auch einfach physikalisch nicht passt, weil diese drei Adidas-Streifen, die da zusätzliche Lüftung sozusagen in der Mitte sind, der PS5 Pro, dass die dafür sorgen, dass die obere Sideplate kleiner ist. Aber laut dem User hier auf Reddit, wir sehen das hier in den Bildern, ist es so und auch seine Aussage, dass die schon passen würden, wenn die Halterungen nicht anders wären. Und das ist wirklich komplett verrückt, das ist wirklich komplett verrückt, wenn die Größe identisch ist, wie wir hier eigentlich auf den Screenshots auch relativ gut erkennen können, wie kann man dann die Halterung leicht anders machen? Also das ist ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ja Sony will weiter neue Sideplates verkaufen, macht man ja auch gut Geld mit, zumal die ja auch recht teuer sind, Original von Sony auf jeden Fall, finde ich persönlich, aber es ist ja auch ein logistischer Aufwand dahinter, dann nochmal andere Sideplates in die Läden zu bringen, ja überhaupt generell gießen zu lassen, wie auch immer das ganz genau hergestellt wird. Also ich finde, es ist wirklich, ja sag ich mal suboptimal selbst für Sony, vielleicht gibt es wirklich Gründe, dass aus irgendeinem Grund da das Ganze anders gemacht werden musste, von den Halterungen her, von den Plastikpins, wo die einrasten, so richtig erklären tut sich mir das nicht. Aber dieses kurze Video wollte ich euch einfach ganz kurz präsentieren, dafür, dass ihr endlich Gewissheit habt, dass die Sideplates leider nicht passen an der PS5 Pro. Das bedeutet, es wird von Sony und natürlich dann halt auch aus dem Zugehör komplett neue Sideplates geben, damit wir dann, ja, die Konsole, einen anderen, der Konsole einen anderen Look verpassen können. Hier im Hintergrund, was wir gesehen hatten, die Kobalt-Variante, die er hier hat, finde ich auch wirklich optisch sehr, sehr ansprechend, sieht wirklich sehr gut aus. Bei mir ist das relativ wurscht, ob ich da jetzt eine weiße Konsole, eine schwarze, eine grüne oder eine lila stehen habe. Die steht bei mir so weit hinten in der Ecke versteckt, weil ich ja weiterhin immer noch finde, das Ding ist einfach sehr, sehr groß, nimmt wirklich sehr, sehr viel Raum ein. Aber auf alle Fälle wissen wir auch jetzt, dass die Konsolen, wie gesagt, an Reviewer, Unboxer und Co. rausgegangen sind bereits heute oder bereits gestern. Je nachdem, wann die Jungs da ihre Twitter-Post verpasst haben, ist es, wie gesagt, momentan wird es relativ geflutet mit Konsolen, die in den Händen von Besitzern sind, wobei ich mich dann auch frage manchmal, wie die Leute ausgewählt werden, wenn ich dann sowas lese wie, ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich die Konsole ausschalte. Ja, auch das gab es, ich weiß gar nicht, ob ich hier ein kleines Grundschatz habe, ich glaube leider nein, vielleicht finde ich das Posting noch, dann blende ich es hier ein. Und das war es von mir, wie gesagt, ganz kurz nur dazu, ob das Ganze halt optisch passt, oder besser gesagt mechanisch passt, die Antwort ist nein. Ich danke euch für das Vorbeisein, hat das Video geholfen, hat es gefallen, schreibt gerne unten auch in die Kommentare hinein, was ihr davon haltet, dass wir jetzt wirklich noch eine weitere Variante an Zeitplates haben, um unsere PS5 zu verschönern. Ich finde es, wie gesagt, weiterhin eine ganz, ganz schlechte Idee von Sony. Das war es von mir, ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.